Die Darsteller, darunter Adèle Exarchopoulos und Gilles Lelouch, bieten beeindruckende Leistungen, die die Zuschauer in den emotionalen Wirbel ihrer Charaktere ziehen. Jeanne Herry, deren vorheriger Film in sicheren Händen bereits Erfolge feierte, hat einen scharfen Blick für Details und eine feine Sensibilität für die emotionalen Schattierungen ihrer Charaktere. Ihre Regiearbeit zeichnet sich durch eine sorgfältige Balance zwischen Nähe und Distanz aus, sodass das Publikum tief in die Geschichten eintauchen kann, ohne sich jemals voyeuristisch zu fühlen. Die visuelle Gestaltung des Films unter der Kameraführung von Remy Daru ist zurückhaltend und wirksam.